... Ach nö, ist auch so ne Scheiß-Map Wobei ich nach der Map wahrscheinlich raus bin Hab's da ist, okay Bis jetzt nochmal für den, hab ich keine Motivation mehr Alter, was ist denn mit dir? Das wird's ja mal Nein, ich hab mich verbargt Eine Drohne hat sich verbargt, ich konnte sie nicht retten, weil sie an der Wand hing Einfach Es kalt Fuck your police Wall police, won't do Ich habe einen injumpen. There is one in Drum. Richter. Kapkan ist. Der ist auf der Tepper. die explosion hat überlebt komplett stationär ich habe gerade eben nichts gemacht also kann ich jetzt auch nichts machen die 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 Guys, I need an impact hole here. Razor wire is deployed. On my way. Du musst halt, äh, coolen Röstungen holen. Aber schon. Irgendjemand hat's noch nicht gemacht, deswegen. Ach, ich hab den Stromtyp. Ich dachte, ich hätte jemand anders. Device activated. You can stop wearing my grenades now. Trouble. Start wire ready. Wunder up link. East side. I don't run, there is another one. I'm going to peek him. And pink. Oh, schade, ich hab ein Team Gadget out zerstört. Dammit. You have entered an enemy controlled area. Leave now. I need some bones, don't you? Der Film teacher. Ah, der Film. Tag, ich hab keine Sau gesehen. Das liegt nur nicht. Der Film schade, der Film ist. Wo ist dann ich, wie? Der Film steht. Oh, ich hab keine Sau gesehen. Das liegt nicht ganz gut. Ich hab keine Sau gesehen. Das liegt schon nicht. Er. Der Film ist hoch. Der Film ist hoch. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted by a couple of fallback. Nice case. Das war gerade ein Pro-Battle. Da spülen drei zusammen. Die ersten beiden und der letzte. Du musst den Biohazard-Container lokalen. Nicht in den Schlafzimmer. Barbecue. Barbecue? Nicely done. The Biohazard-Container has been located. 10 seconds before insertion. 5 seconds to insertion. Biohazard-Container located. Proceed to its location. RELOADING! RELOADING! . . . . . . . Ich habe schon wieder einen injured. Oh, ich bin jetzt zu hoch, deswegen wunderte ich mich gerade schon. Da hinten ist auch noch einer. Da hinten ist er. Steff. Mit jemand anderen. Ein weiterer. Vigil, oder Echo. Einmal war Bethram. Ja, das ist Echo, Objective. Hinterm Schild ist Objective. Gut, bei uns am schönsten soll man gehen, ne? Wenn wir einfach mal mit 0-0-0 rausgehen. GG, Guys. Aber über 3.000 Franken. GG, GG. Die wollen, dass wir drinnen bleiben. Ich bin raus. Ja, ich auch. Ich gehe jetzt in den Alpha Pack. Good night. Ja. Ja. Ja.